Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen und ja diese Webinarreihe machen wir immer mit Thorsten Eberhardt. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder den gemeinsamen Termin haben und wer vielleicht am Montag an dem Webinar mit Markus Runau dabei war, hat ja schon mitbekommen worum es heute sich handeln wird. Ich bin sehr gespannt, aber wer es noch nicht gehört hat, der wird es gleich von Thorsten hören. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind, bevor ich tatsächlich den Bildschirm noch übergebe. Ich will mal den Risikohinweis kurz besprechen. Ja, dieses Seminar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und ich wollte schon fast sagen, insbesondere was Optionen betrifft, aber gilt natürlich für alles. Nichtsdestotrotz müssen Sie oder dürfen Sie bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Thorsten, dann übergebe ich es sehr gerne, wünsche viel Erfolg, viel Spaß, wenn irgendwas ist. Ich bin im Hintergrund. Vielen lieben Dank, Nelzen. Ja, wir sind heute wieder mal zusammen. Unsere Webinarreihe heißt ja regelmäßiges Einkommen mit Optionen und darum soll es auch heute wieder gehen. Ich habe es am Montag schon angekündigt. Also da hatte ich ja das Webinar mit dem Markus Runow, Tradescanner, toller Typ, tolles Tool und da habe ich schon gesagt, wir werden heute uns mal ein wenig mit den deutschen Werten, mit den DAX-Titeln beschäftigen, beziehungsweise mit den Dividendentiteln. Vorab für alle Leute, die mich, für jene, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal und ich habe es auch schon beim letzten YouTube-Video am Sonntag gesagt. Da ging es um die US-Dividendentitel, dass ich auch jetzt am Sonntag, also am kommenden Sonntag ein Video machen werde und das geht genau um den Inhalt, den wir hier besprechen. Also ihr habt das Glück, ihr seid sozusagen schon vorher informiert. Natürlich werde ich im Video noch das ein oder andere wahrscheinlich zeigen, was vielleicht hier nicht vorkommt, aber ich gehe mal davon aus, ihr seid auf jeden Fall besser informiert hier in dem Webinar als nur in dem YouTube-Video am kommenden Sonntag. Ich bin ja in einer Kooperation mit FXLED und das finde ich gut. Ja, ganz, ganz, ganz toller Broker und da haben wir uns auch darauf geeinigt. Für all jene, die bei FXLED ein Konto eröffnen, bekommen bei mir zwei Monate mehr Club-Mitgliedschaft. Das heißt, normalerweise ist es bei mir im Club so, es geht für zwölf Monate. Ja, für zwölf Monate zahlt man derzeit 899 Euro. Wenn man jetzt aber sagt, ich will jetzt auch noch einen klasse Broker haben und ich habe noch keinen wirklichen bzw. ich habe noch kein Konto bei FXLED, dann kann man da natürlich ein Konto eröffnen und bekommt 14 statt 12 und bei jeder Verlängerung bleiben auch die 14 erhalten. Das heißt, dann profitiert man sozusagen auch nachhaltig. Ja, was wir hier im Club machen, das steht hier oben auch schön geschrieben. Ja, wir werden mit Regeln und Strategien versuchen, ein regelmäßiges Einkommen mit Optionen zu verdienen und was ganz, ganz wichtig ist, wir wollen unser Kapital auch absichern. Ich habe es auch in den letzten Videos schon angesprochen. Wir sind in einem relativ schwachen Volatilitätsumfeld und das, was wir ja am liebsten machen, ist das Verkaufen von Optionen. Wir bekommen weniger Prämie, weil die Volatilität ja Teil der Optionsprämie ist und da ist es natürlich nur möglich, mehr Prämie zu verdienen, wenn wir näher ans Geld gehen. Ich mache mal kurz hier ein Beispiel. Wir haben jetzt hier die Aktie und hier verkaufen wir die Put-Option. Normalerweise ist es ja so, dass wenn die Option oder wenn das Underline steigt, sind wir happy. Wenn es seitwertig ist, geht es happy. Wenn es nur leicht nach unten geht, sind wir auch noch zufrieden. Erst wenn wir hier unten an diesem Strikepreis kommen, dann wird es grenzwertig. Und warum? Weil wir sind Pflichtenträger. Wir haben die Pflicht, wenn der Käufer sein Optionsrecht ausübt, dass wir die Aktien angedient bekommen und das will man ja wahrscheinlich nicht immer. Das ist natürlich unschön. Das mal vorab. Aber was ist da jetzt mit der Volatilität? Wenn die Volatilität jetzt niedrig ist, dann ist die Prämie auch niedriger, die wir bekommen. Wir könnten aber eine gleichbleibende Prämie uns generieren, wenn wir dann näher ans Geld gehen. Das heißt, wir gehen näher zum Kurs und das bedeutet ja schlussendlich, wir sind dann auch näher an dem Risiko, dass wir in die Pflicht kommen. Das ist das Erste. Das Zweite grundsätzlich niedrige Volatilität profitiert natürlich in dem Sinne als Verkäufer nur, wenn die Volatilität weiter sinkt. Wenn wir jetzt aber uns die Volatilitäten angucken und die bewegen sich so und wir sind jetzt die ganze Zeit schon hier unten, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gegeben, dass die Volatilität steigt. Happy sind die Käufer, nicht happy sind die Verkäufer. Was aber jetzt nicht zwingend bedeuten muss, dass wenn wir hier unten in der Volatilität sind, dass wir bald auf gut Deutsch eine höhere Volatilitäten erwarten müssen. Das ist nicht der Fall. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Aktionär, der Anleger, der Marktteilnehmer zufriedener ist, wenn man einen ruhigen Markt hat und er hält natürlich diese Situation der Zufriedenheit länger aus, als die Situation hier oben, wo die Unzufriedenheit, die Unruhe ist. Das heißt, sehr hohe Volatilitäten bleiben häufig nicht lange sehr hoch, aber niedrigere Volatilitäten können definitiv länger bleiben, was aber, long story short, nicht einem mehr Sicherheit zwingend bringen muss. Und deshalb machen wir beispielsweise im Club auch an der einen oder anderen Stelle Strategien, dass wir überlegen, was können wir machen, wenn jetzt die Volatilität doch steigen sollte, dass wir davon profitieren. Da gehe ich mal kurz ins Club Depot. Da haben wir jetzt hier einen WIX Call Ratio Backspread eröffnet. Der kostet 31 Dollar. Der geht gut ab, wenn die Vola steigt. Und das bringt uns noch ein wenig mehr Sicherheit. Es ist natürlich immer die Frage, was für Strategien man fährt, was für eine Kontogröße man hat. Und natürlich, wie weit der Wissensstand ist. Und da sind wir halt beim nächsten Punkt. Das ist ja das, was wir hier im Club machen. Wir tauschen uns ja aus. Das heißt, wir traden hier gemeinsam. Wir haben hier ein Club Depot. Da kann ich hier nochmal kurz zeigen. Das ist unsere derzeitige Performance. 12 Prozent ist unser Jahresziel. Derzeit sind wir bei 11,5. Sind also zurzeit ganz gut aufgestellt. Wir haben unsere Live Calls, wo wir uns austauschen. Wir haben die Tools. Kennen wir ja. O4W Best Indikator, den Best Screener. Die haben wir alles. Das heißt, das sind alles Möglichkeiten, die man sich oder die man nutzen kann, um schlussendlich auch mehr Sicherheit zu haben. Ja, weil die meisten überreagieren ja aus Unsicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was für mich ein viel, viel größerer Mehrwert ist, ist dieser intakte, diese intakte Community. Also wenn man hier bei Discord, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das ist wirklich mega. Das ist wirklich mega. Das kann ich nur empfehlen. Und da tauschen wir uns natürlich auch aus. Was wir jetzt aber erstmal machen, wir gucken uns hier jetzt den Markt an. Und wenn ich vom Markt rede, gucke ich mir meistens den amerikanischen Markt an. Das ist der S&P 500, hier der SPX. Und wir sehen es. Heute haben wir hier erstmal eine weiße Kerze. Das ist neutral, aber nichtsdestotrotz sind wir hier noch im bullischen Bereich. Hier hatten wir dieses grüne Long Open. Das war für uns Signalgeber, dass es jetzt wohl aufwärts geht. Wir sind immer noch hier die EMA 20 oberhalb der EMA 50 und hier unten ist die SMA 200. EMA Exponential Moving Average, der exponentielle gleitende Durchschnitt der letzten 20 Tage bzw. der 20 Kerzen. Wir haben aber jetzt hier Tagesansicht, also sind es auch 20 Tage. Die EMA 50 dann für 50 Tage und SMA Simple Moving Average, der einfache gleitende Durchschnitt. Der ist zwei Tage. Wir sind also relativ, was heißt relativ? Wir sind definitiv momentan ganz okay. Und wenn wir uns dann noch die Volatilität angucken, das ist die WIX Terminstrukturkurve, kann ich auch immer wieder empfehlen, sich die auch zu Beginn der Markteröffnung, wenn es der amerikanische Markt eröffnet, sich die mal anzuschauen. Wir sehen es, die ganzen WIX Futures, die steigen. Ja, die sind alle, werden sie teurer in der Zukunft. Das ist die Contango. Ja, und wenn sich der Markt umdreht, dann ist es so, dass die Frontkontrakte anspringen und dann entwickelt sich aus der Contango eine Backwardation. Dann sind wir in einem unruhigen Markt. Das mache ich sozusagen jeden Morgen mit meinen neun wichtigsten Panikzeichen in der Morgenroutine. Das bekommt man zur Verfügung gestellt, wenn man im Club ist. Aber für alle, die ein bisschen moderner auch unterwegs sind, ich bin ja da, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Social Media faul. Die können sich das auch jeden Morgen auf Instagram hier anschauen. Da wird meine Morgenroutine jeden Morgen auch gepostet. Ja, ganz, ganz wichtig. Was wir dann halt auch meistens machen, wenn der Markt eröffnet ist, dann kommt hier jeden Tag um 16.05 Uhr ein Update von den bullischen, bärischen Werten, auch ETF-Werte. Nehmen wir gleich drauf ein. Und was halt das Schöne ist, man kann das hier einfach herunterladen, die Listen und in die Trader Workstation, das ist ja diese Handelsplattform, die wir von unserem Broker gestellt bekommen, importieren. Und wir können die natürlich auch hier dann in die Trading View hier importieren. Ja, das ist natürlich ganz hilfreich. Das spart einem Zeit und ermöglicht auch schnelle Trades, sag ich mal, da zu machen. Thema heute, wie gesagt, ist der DAX. Und deshalb, wenn wir uns angucken, der DAX ist jetzt auch schon seit 22 Tagen long. Wir sehen es hier, hat ja einen ordentlichen Run gemacht, wenn wir sehen, wir sind von 15.02 beim 6. November. Das sind jetzt dreieinhalb Wochen bis heute, 6. Dezember, um so viel gestiegen. Damit hätte man nicht gerechnet. Also das ist definitiv schon so was wie eine Jahresendrallye. Und wir im Club sind ja auch investiert und zwar hier mit Porsche. Ja, das heißt, hier haben wir die Porsche Aktie sind vielleicht im Minus. Die wurden uns dann mit 49, 51 ins Depot gelegt und darauf haben wir eine Call geschrieben. Die Call ist jetzt ein bisschen niedriger, läuft bald aus bei 48. Müssen wir gucken, ob wir die vielleicht rollen müssen. Weil zeitweise war die Porsche Aktie schon unter 44 und dann haben wir halt auch die ersten Calls schon geschlossen, also profitabel geschlossen und dann weiter nach unten gerollt. Jetzt wäre natürlich für uns die Überlegung, wenn jetzt die Entwicklung weitergeht, dass wir die Call Option hier noch mit wenig Verlust schließen und dann neu eröffnen. Dann gucken wir uns das einfach mal an, wenn wir hier wieder auf 50 gingen. Ja, und wir müssten mal schauen, hier würden wir jetzt bei 50 würden wir jetzt um die 130 Euro bekommen. Aber wir könnten es natürlich auch länger machen und warum, das erkläre ich jetzt auch kurz. Ich habe mir mal hier den Dividendenkalender angeschaut und wir wissen ja, dass in Deutschland die Dividenden von den DAX Unternehmen einmal jährlich gezahlt werden und um die Dividende zu bekommen, müsste man vor der oder am Tag der Hauptversammlung spätestens die Aktien bei sich im Depot haben und kurz danach kommt ja auch schon die Ausschüttung. Und hier kann man natürlich schon sehen, wann und wo hier die Hauptversammlung sind und hier bei der Porsche Automobil Holding, PAH, das ist ja die Aktie, die wir haben. Wir haben nicht die Porsche AG, wir haben die Porsche Automobil Holding. Hier ist übrigens der Ticker auch ganz ganz schön P911 ist der Ticker, glaube ich, davon. Hier bei der Porsche Automobil Holding ist es PAH. Wir sehen beim derzeitigen Kurs ins 5,65%. Ich habe kalkuliert, wir wären wahrscheinlich, wenn unsere Strategie aufgeht, so bei 8 bis 10%. Und wenn wir sehen, 30.06. und wir sagen, wir würden jetzt eine Call-Option schreiben, also eine Call-Option verkaufen, um auch noch die Dividende zu bekommen, dann hieße es ja wie folgt. Hier ist dann jetzt sage ich mal die Hauptversammlung und auch der Dividendentag. Da müssten wir natürlich die Option von heute bis nach der Hauptversammlung schreiben. Und das heißt, wir wären hier natürlich, 30.06. war es eben, dann wäre das sogar noch zu früh. Dann würde theoretisch der nächste Wert dann der Septemberwert sein. Könnte man machen. Wenn wir uns das angucken, wären es dann 283 Dollar, wenn wir die 50 jetzt nehmen würden. Und das könnten wir jetzt mal spaßeshalber kalkulieren. Wir nehmen jetzt die 283, die wir bekommen. Dann schauen wir uns mal an, was gibt denn die Porsche Holding angeblich zurzeit 256. Dann wären es nochmal 256. Der Termin ist, glaube ich, 23, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ah, das ist der 23. Ja, das ist wichtig. Die haben die noch nicht aktualisiert hier. Dankeschön für den Hinweis. Das habe ich jetzt eben so schnell nicht gesehen. Können wir aber auch anders machen. Tada! Aber das ist ein guter Hinweis. Könnte man schon fast sagen, als wenn wir uns jetzt noch nicht abgesprochen hätten, weil wir gehen hier einfach drauf auf die Porsche, gehen hier auf DIV. Dann haben wir hier einen Dividendenplan. Und dann gucken wir uns mal, wann es ausstehend ist. Und es steht auch nicht drin. Das kann doch nicht wahr sein. Ist die Porsche Holding, hat die noch nicht den Termin. Dann bleibt uns trotzdem noch was übrig. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Okay. Wir haben ja Zeit. Aber es wird trotzdem im Juni sein. Steht noch nicht drin. Das ist interessant. Aber das werde ich im Nachgang auf jeden Fall nochmal eruieren, weil schließlich, wenn ich das jetzt hier mache, dann muss ich es natürlich wissen, wann und wie ich das mache. Sollte die Ende Mai sein, würde ich natürlich eine Option wählen, die jetzt auf den 21. Juni geht. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem auch kürzer laufen. Ja, das heißt, man könnte jetzt natürlich auch wie folgt vorgehen, dass man sagt, ich verfolge einfach immer mit kleineren Schritten die Call Option. Und auch wenn ich dann Minus mache, dann profitiere ich auf gut Deutsch natürlich von dem Anstieg des Underlines. Diese Möglichkeit ist auch noch gegeben. Das jetzt bei der Porsche Holding. Aber wie gesagt, da werde ich mich nochmal informieren. Hier aber beim Handelsblatt war ein ganz interessanter Artikel. Der ist erst kürzlich. Ich glaube, gestern oder vorgestern war der. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, da geht es um die Handelsblatt Prognosen, wie viel Dividendenrendite es ist und ob es eine Veränderung gibt. Und dann sieht man schon mal eins. Hier oben sind schon echt fette Dividendenrenditen möglich. Und man sieht eins, zwei, drei, vier. Also die Porsche Holding, da gehen sie sogar hier von der Prognose aus, dass da zwei Cent sind. Also oder hier noch ein. Die Automobilisten sind auf jeden Fall die, die hier eine wirklich hohe Dividendenrendite zahlen. Und das liegt natürlich daran, dass nicht die Dividende erhöht wurde, sondern schlussendlich der kursordentlichen Rückgang erlitten hat. Ja, und wir haben auch jetzt am Dienstag eine Trade der Woche gemacht. Haben wir auch auf Porsche, nicht auf Porsche, auf Mercedes gemacht. Und dann gehen wir mal hier rein, gehen hier auf MBG. Das ist die Mercedes-Benz Group. Und wir haben jetzt bei 60 eine Put-Option verkauft, weil wir jetzt auf die Idee kommen, wir brauchen die Aktie ja schlussendlich erst, wenn die Hauptversammlung ist. Und dann könnten wir natürlich anstelle jetzt in den Wert direkt zu investieren, natürlich uns auch mit einer Put-Option hier bedienen. Ja, weil, wenn wir uns jetzt überlegen, vielleicht steht das hier wenigstens drin, hier von der Mercedes-Benz Group. Hier haben wir es. Das ist der 8.05.24. Da könnte man natürlich überlegen, pass mal auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich will die Aktie am 8.05.24 dann haben, damit ich auch als Dividendenempfänger da registriert werde. Und dann gucke ich mal, was man hier machen kann. Wir gehen nochmal kurz zurück zum Chart. Also, wenn ich richtig gesehen habe oder hier recherchiert habe, dann wäre das der 26.06.24. Dankeschön. 26.06.24 ist die Porsche Holding. Und das ändert sozusagen nicht viel an dem, was wir hier machen könnten, weil hier wäre ja am 21. Januar. Jetzt hier bei unserer Bestandsaktie. Was wir jetzt natürlich auch machen könnten ist, und das ist jetzt interessant bei der Porsche Holding. Porsche Holding ist ja jetzt nicht nur Porsche, sondern von mir, die sind ja auch beteiligt an Volkswagen etc. Deshalb finde ich ganz gut. Und hier könnte man natürlich so eine länger laufende Put-Option schreiben, also Put-Option verkaufen. Und dann gehen wir jetzt doch mal, um das Thema Porsche hier auch jetzt abzuschließen, in die Porsche Holding rein. Gucken uns das an. PAH3 sehen wir hier. Also die Chart-Muster, die sind fast bei allen Automobilisten gleich. Und man sieht ordentlicher Rückgang und bei allen ähnlich dann Aufstieg, werden wir gleich bei Mercedes auch erkennen. So, dann könnte man natürlich sagen, hier war der niedrigste Punkt bei 42. Was wäre, wenn? Gehen in die Trader Workstation, gucken bei 42, würden wir 175 Dollar, ich nehme jetzt 175 Euro, Entschuldigung, würden wir hier bekommen. 175 Euro. Gehen zurück ins Handelsblatt. Was haben die prognostiziert für eine Dividende? Porsche Holding. Hier 258. Also, was rechnen wir aus? Die 258, die Dividende, plus die 42 hier, 175, sind 433. Und wenn wir jetzt sagen, wir würden diese Aktie dann ja auch für 42 bekommen, dann wären es ja 42 mal 100. Das ist ja die Ausgabe, die wir dann haben. Dann hätten wir hiermit eine Rendite von 10,3%. Ja, dann sagt man, ey, die 42, die sind safe. Für diesen Wert bin ich bereit, 42 zu bezahlen. Macht mir auch nicht viel Gedanken, außer es kommen irgendwelche dramatischen Infos à la Wirecard, dass da irgendwelche Manipulation etc. vorkamen. Da muss man sich natürlich davon trennen. Ansonsten einfach sagen, für 42 nehme ich definitiv Porsche Holding mit ins Boot. Und ich kriege ja da auch die Prämie. Alles fein. Und was ist denn jetzt aber, wenn das nicht auf 42 steigt? Wir gehen ja jetzt hier rein. Wir haben ja jetzt gesagt, wir schreiben jetzt eine langlaufende Put-Option bis zum 21.06. Das war ja jetzt, glaube ich, der Zeit des Verfalls. Und wir kriegen für die 42er Option 175 Euro. Die 175 Euro, die kriegen wir ja immer. Ist ja egal, was passiert. Wenn der Kurs jetzt steigt, wenn der seitwärts, wenn der runter, wenn der durchkreist, die 175 sind ja safe. Aber wir kriegen die Aktien ja nur, wenn die 42 erreicht werden, beziehungsweise wenn der Käufer sein Recht ausübt. Sonst kriegen wir diese ja nicht. Das heißt, wenn der Kurs steigt, dann haben wir die 175, aber weder Aktien, wenn keine Aktien, dann keine Dividende. Ja, was kann man dann natürlich machen? Ich würde immer wie folgt vorgehen, bei 50% Profit nach oben rollen. Nach oben rollen. Bis zu einer Schmerzgrenze, wo man sagt, jetzt ist der Wert für mich überteuert. Wenn man jetzt aber meint, eigentlich ist der Wert bei 50 okay. Okay, ich würde jetzt aber mit 42 anfangen. Dann kann man genau diesen Weg gehen, wie gerade gesagt. Das heißt, ich, nochmal, ich per Kupfshäufe zuerst die Put-Option. Die Aktie steigt. 50%. Ich rolle hoch, kriege wieder mehr Prämie. Die Aktie steigt. Ich rolle hoch, wieder mehr Prämie. Und jetzt sage ich, hier bei 50 bleibe ich stehen. Was ist dann los, wenn die Aktie nicht runterfällt? Ja, dann habe ich wenigstens dreimal die Prämie bekommen und bin drin. Und im allerschlimmsten Fall, wenn man sagt, ich will sie trotzdem haben, kann man sie ja noch kaufen. Ja, und dann noch kurz vorher vor der Hauptversammlung die Registrierung für die Dividenden dann bekommen. Also das ist natürlich dann möglich. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, wie gesagt, das sind 10,3%. Wenn wir es jetzt mal bei Mercedes-Benz machen. Gucken wir uns an. Wie gesagt, muss das ungefähr gleich. Man sieht es hier auch. Ende Oktober war tiefster Punkt. Gehen wir auch hier hin. Gucken wir uns das an. Wir wären ungefähr bei 55. 25. Achter, Fünfter. Das heißt, hier können wir nur maximal bis März dann die Option verkaufen. Danach geht es mir, es ist zu spät. Dann haben wir keine Chance mehr, die Aktie zu erhalten. Wir können ja nicht darauf pokern, dass man uns die Aktien dann sozusagen andient. Was natürlich auch möglich ist. Wir haben hier auch noch wöchentliche. Die sind aber jetzt noch nicht hier aktuell aufge... Also die müssen erst mal vorgehen, damit neu eröffnet werden. Also für uns derzeit nicht interessant. Und was man jetzt hier machen könnte, ist, wir hatten gerade gesagt, 55. 55 gibt es jetzt nicht. Dann würde ich jetzt die 56 nehmen. Da würden wir jetzt für die 100 Tage 85 Euro bekommen. Und dann gehen wir nochmal. Gleiches Spiel wie eben. Wir gucken uns an. Das waren 5,20 Euro bei Mercedes. Plus die 85 Euro. Ich weiß, die Brokergebühren könnte man nochmal ein bisschen mit inkludieren. Aber das ist dann eine Nachkommastelle, die jetzt eher irrelevant ist. Sind 442 durch den Wert. Wir haben es ja gerade gesagt. Die 55 mal 100 macht 5.500. Dann wären wir hier bei 8%. 8,9. Kann das denn sein? 5,20. Da habe ich mich gerade verrechnet. So. Das war ein Rechenfehler. Weil wir haben ja die 520 plus 85. So. Durch. Sieht schon besser aus. 11%. Muss ja mehr sein als die jetzigen 8,9%. Das heißt, dann hätten wir 11% mit Mercedes-Benz Group. Was ich natürlich immer wieder machen würde, ist, bevor ich diesen Wert investiere, beziehungsweise reingehe, ist natürlich, sich zu informieren. Natürlich ist sowas ganz, ganz nett mit der Prognose. Alles tippitoppi. Aber was wir natürlich auch wissen müssen, ist, dass die Dividende auch nicht gezahlt werden kann. Das heißt, wichtig ist zu wissen, dass zum Beispiel das Unternehmen genug Gewinn, genug Cashflow hat. Weil häufig ist das so, wenn man aus der Substanz bezahlt. Was heißt aus der Substanz bezahlt? Wenn man mehr ausschüttet, als man schlussendlich hat, dann zahlt man aus der Substanz. Und dann kann es natürlich sein, dass das Management, der Aufsichtsrat, dass man sich entscheidet, die Dividende zu kürzen, beziehungsweise zu streichen. Und wenn wir uns jetzt auch mal eine Homepage, die ich empfehlen kann, das ist Morningstar. Hier sieht, hier kann man sich dann auch mal angucken, wie welche bewertet werden. Ja. Man kann sich es auch ein bisschen noch genauer angucken. Aber hier sieht man zum Beispiel etwas. Fresenius zahlt keine Dividende. Ja. Und das ist natürlich dann auch schon extrem, wenn dann plötzlich hier mal eben so eine Dividende gestrichen wird, beziehungsweise gekürzt wird. Wir haben nicht so eine Dividendenkultur wie in den USA. Da ist es meistens eine größere Hürde, Dividende nicht zu zahlen. Aber schon alleine, dass so ein Unternehmen wie Fresenius keine Dividende zahlt, ist natürlich auch nicht. Gerade bestens, wenn wir uns jetzt hier mal angucken, hier ist man noch vorgestern davon ausgegangen, dass Fresenius weiterhin seine 92 Cent auf die Aktie zahlt. Machen Sie nicht, dann sind das hier wieder entgangene 3,3 Prozent. Das heißt, so eine gewisse Sicherheit sollte man natürlich haben. Wenn, und das sage ich jetzt auch, wenn wir jetzt aber sehen, wir haben jetzt 10,5 Prozent, 11 Prozent mit der Option etc., dann wäre es ja nicht schlimm, wenn die Dividende gekürzt wird. Ich sage es mal so, wenn am Ende 5 Prozent bei rauskommen, dann bin ich happy. Solche Werte hier sind natürlich auch immer in der Schwebel. Bayer, BASF, Bayer, die Story kennt man. Wenn ich da mal kurz reingehen darf. Das ist natürlich wirklich, wirklich gewaltig. Ich bin, sage ich auch ganz persönlich, als das hier kam, habe ich mir direkt welche geholt und habe da eine Call-Option verkauft. Die Call-Option war mega hoch. Da habe ich, glaube ich, für wenige Tage, für drei, vier Tage 85 Euro oder so, nee, noch mehr, 116 Euro bekommen. Das war natürlich wirklich toll. Habe sie, ich weiß nicht, 33, 34 Euro bezahlt. Jetzt wieder bei 32, 29 kann ich wieder. Ist aber jetzt nichts, was wirklich sicher ist. Ja, also jetzt nicht nur zu meinen, so ein großer Konzern etc. Es kann natürlich immer weiter nach unten gehen. Ich bin eher der Freund, wenn ich mich jetzt hier mit solchen Werten beschäftige, dass die Werte mehr aufwärts gerichtet sind. Und deshalb bieten natürlich solche Artikel wie diese schon so eine gewisse, ja, da kann man sich ein bisschen näher mit beschäftigen, was für Werte vielleicht eher auch noch dazugehören. Man soll ja eh nicht All-In gehen. Ich sage es mal so, diese Oper-Aktien, das sind ja die Deutsche Telekom, die sind ja in den letzten Jahren, haben sich nicht viel bewegt. Die haben ja auch die Dividende mal gekürzt. Aber nichtsdestotrotz sind die, hier unten ist sie, nee, Deutsche Telekom, wo ist sie, Aktien? Wo ist denn jetzt die Deutsche Telekom? Das ist jetzt egal. Ah, nee, ist doch nicht egal. Aber wir haben es ja noch hier. Ja, zack. DTE. Dann ist das natürlich schon wirklich schöner. Die haben ja auch einen ordentlichen Anlauf nach oben gemacht. Wenn man sich das anguckt, kann man immer beimischen. Hier ist das gleiche Spiel. Gucken wir uns mal kurz an. Deutsche Telekom. Ja. Das ist der 10.04., also auch wieder im März. Wer ist die falsche? Man sieht hier implizite Volatilität mega niedrig. Aber wenn man jetzt am Geld kauft oder verkauft 22, damit kann man nicht viel machen. Also da würde ich, sage ich ganz offen, dafür würde ich keine Option schreiben. Das ist mir zu wenig. Was man aber hier sehen kann und das ist das Schöne. Wir haben hier zwei verschiedene. Wir haben die DTE und die DTE. Die DTE, also die ohne diesen weiteren E, die hat den amerikanischen Ausübungsstil, das heißt Käufer hat komplette Zeit, während der kompletten Laufzeit Ausübungsrechte bei dem europäischen Ausübungsstil E nur am Ende. Das ist vielleicht für Covered Call etc. ganz interessant. So, aber wie gesagt, was ich machen würde, ich würde mir als allererstes welche raussuchen, wo die Dividende ein bisschen höher ist, wo die Dividende nicht aus der Substanz. Das heißt, die Dividendenausschüttung sollte nicht ober oder über dem Free Cashflow liegen, nicht Gewinn nehmen, sondern Free Cashflow, weil das ist sozusagen das, was übrig bleibt nach Investitionen etc. Bilanzkosmetik ist bei Gewinn leicht möglich, könnte gefährlich sein. Deshalb da würde ich immer auf den Cashflow gehen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich auch machen würde, ich würde es mir charttechnisch ein bisschen angucken. Ja, also wie es ausschaut, ist das jetzt eher aufwärts, ist es abwärts, seitwärts, ganz wichtig. Dann noch das Letzte, ich würde mich mit dem derzeitigen Umfeld erkundigen. Was ist da gerade los? Wie beispielsweise jetzt hier gerade mit Fresenius. Ist das jetzt etwas, was überraschend kam oder war es vorhersehbar? Ja, also das sind natürlich solche Dinge. Da kann man sich beispielsweise auch die ganzen Informationen über Investor Relations Seiten holen und mal schauen, was sind denn da für Ankündigungen mit was für Gewinnerwartungen fährt das Unternehmen? Haben die ihre Gewinne nach unten geschraubt? Das sind halt alles solche Möglichkeiten, die man nach und nach macht, weil, das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn ich jetzt hier nackte Put-Optionen verkaufe, dann ist es natürlich gefährlich, dass wenn der Kurs fällt, dass man natürlich viel Verlust mit der Prämie, mit der Option selber macht. Das ist klar, aber dass man natürlich auch vorher so ein bisschen Sicherheit für sich schafft, dass man diesen Wert auch haben möchte. Nicht immer billig ist gut, sondern wirklich sich mit der Systematik, wie eben erzählt, beschäftigen und dann überlegt, kann ich diesen Wert mir vorstellen, im Depot halten zu wollen und das vielleicht auch länger. Ich kann es nur sagen, das ist bei uns im Club hier auch gewesen, da haben wir Porsche und kurz danach ging es wirklich nur noch in eine Richtung, das war nach unten. Da waren wir 12, 13 Prozent im Minus und da wurden schon die Leute nervös und haben gesagt, das war ein Fehler etc. Mache ich nie wieder. Ja, wenn man sich nicht damit selbstverständigt und sagt, der Kurs ist vielleicht doch nicht der richtige, dann mache ich es nicht. Ja, für mich war es so, ich habe mich mit der Porsche Holding beschäftigt, habe mich mit der Struktur beschäftigt, ich habe mich mit der Dividende beschäftigt und dann habe ich halt gesagt, ich lasse mir diesen Wert jetzt andienen. Ja, und das ist ja diese Wheel-Strategie, ich lasse mir diesen Wert jetzt hier andienen, ich verkaufe die Put-Option, kriege dann die 100 Aktien. Und dann der nächste Schritt, ich verkaufe die Call-Option, kriege hoffentlich die Dividende und bin schlussendlich wieder auf Null. Und dann habe ich das plus das plus das gemacht und ich bin happy. Ja, so ist natürlich der Weg, wie er mustergültig, wie er wirklich gut wäre und wenn man das schafft, dann ist das natürlich eine tolle Sache und ich kann es auch noch sagen, es ist wirklich so, dass kaum welche sich mit deutschen Unternehmen beschäftigen und auch immer solche Sprüche übernehmen. Der schlimmste Index auf der Welt ist der deutsche Aktienindex, weil halt nur Werte sind, die keiner braucht, die keiner will. Also solche Floskeln, solche Stammtischparolen, die kann ich ja gar nicht ab, wenn man sich gar nicht mal mit dem Thema beschäftigt und auch gar nicht weiß, was teilweise für Mega-Unternehmen hinter den Einzelnen stecken. Und das geht jetzt nicht nur hier beim deutschen Aktienindex, sondern bei anderen auch. Man kann ganz einfach auf der Investor Relations sich die Haupt, die Geschäftsberichte mal runterladen. Die werden in Deutschland viel, viel besser aufbereitet als in den USA und dann kann man sich einfach mal damit beschäftigen, wie es ist. Wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt mal überlegt, Mercedes oder BMW, die überlegen habe ich mir auch gemacht, ob ich Mercedes oder BMW nehme. Dann kann man sich natürlich auch nochmal angucken, was ist denn jetzt eigentlich los, der Unterschied. Also BMW hat beispielsweise Motorräder, Mercedes nicht. Von wegen, wie sind die Financial Services von Mercedes und BMW. Und dann beschäftigt man sich automatisch mit dem Markt und dann kommt man vom Automarkt. Dann sieht man auf einmal, was da für ein Fortschritt bei Mercedes mit den Elektroautos ist. Dann vergleicht man die vielleicht mal mit Tesla. So kommt der Stein ins Rollen und dann beschäftigt man sich damit und wird, long story short, ein Investor. Und dann kann man auch mit ein bisschen mehr Ruhe in Unternehmen auch ein wenig größer investieren, weil größer ist es definitiv. Wir sind mit Aktienoptionen bei 100 Aktien. So, jetzt gucke ich mal. Nelson, sind da Fragen? Aktuell nicht, nein. Wow. Beziehungsweise, doch eine Frage, aber der Teilnehmer musste leider raus. Und zwar wird die Dividende nicht anteilsmäßig zur Anzahl Tage, die ich dieses Jahr gehalten habe, zugeteilt? War seine Frage. Du kriegst, also theoretisch kann man es ja so machen. Man holt sich in der Hauptversammlungstag die Aktien. Zwei Tage später kriegt man die Dividende und dann kann man sich die Aktien natürlich wieder veräußern. Natürlich ist es aber so, dass die Aktien nach der Ausschüttung auch entsprechend der Dividende verlieren. Ja, und da ist natürlich Vorsicht geboten. Die Frage kam auch bei uns im Club. Das ist doch eigentlich Blödsinn, weil der Kurs, der verliert ja einen Wert, beziehungsweise die Option, wenn die Dividende da ausgezahlt wird. Jetzt muss man sich doch mal einfach mal überlegen. Wenn jetzt theoretisch Mercedes schon seit zehn Jahren Dividende auszahlt, dann müsste doch Mercedes jetzt hier bei Ceteris Paribus, gleicher Dividende, schon 52 Euro weniger wert sein als vor zehn Jahren. Der Kurs, der entwickelt sich ja wieder zurück. Wir haben ja das, was wir beim Aktienmarkt haben, dass wir uns langfristig ja eigentlich nach oben bewegen. Also da muss man sich, wenn das Unternehmen gut ist, nicht allzu viel Sorgen machen, sonst wird ja keiner sich auf die Dividende freuen, wenn sie sowieso schlussendlich mit dem Kurs verrechnet wird. Genau, sonst keine Fragen aktuell. Super, also beschäftigt euch damit. Der Weg ist, wie gesagt, einfacher als man denkt. Sucht euch die entsprechenden Werte raus. Guckt euch, wann die Hauptversammlungstage sind. Sucht euch, wenn ihr die Option, also wenn ihr die Aktien per Option angedient haben wollt, sucht euch Optionen aus, die natürlich vor der Hauptversammlung verfallen, dass man natürlich dann vorher welche bekommt, auch einen gewissen Preis, also einen Strike-Preis wählt und dann warten, mitmachen. Und ich habe es eben gesagt, ich glaube eher daran, dass die Kurse wieder sich weiter nach oben entwickeln. Und für mich sind die Automobilisten jetzt ungeachtet vom China-Geschäft und vom US-Geschäft, sind das trotzdem Werte, die zu viel einen auf die Nase bekommen haben. Und wenn das jetzt so ist, wie es hier die Prognose des Handelsblattes hier zeigt, dann sind natürlich echt ordentliche Dividenden hier zu holen. Eine Frage ist gerade reingekommen. Vielleicht schaust du sie erstmal an. Okidoki. Fragen, Fragen. Ja, die 20k, die haben mit der Dividende gar nichts zu tun. Da gibt es einen Steuertopf für die Dividenden. Also das ist halt. Ach ja, das ist immer der Traurige, dass man in Deutschland immer so viel über Steuern nachdenken muss. Ne, also die Dividenden, die werden halt anders versteuert. Die haben jetzt aber mit den 20k Verlustverrechnungen nichts zu tun. Gut, dann hätten wir es soweit. Wenn wir immer, wenn Fragen im Nachgang reinkommen, dann gerne an uns. Wir leiten das weiter oder direkt an Thorsten. Vielleicht kannst du ja nochmal deine Kontaktseite nochmal zeigen, Thorsten. Genau, hier kann man natürlich mich direkt auch anschreiben. Ja, entweder per Newsletter oder hier draufklicken. Dann geht die E-Mail an mail.optionsforwinners.de Und am Schluss möchte ich euch auch noch bitten, Daumen hoch für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Den Helsten wird das, oder FXFlet wird das zeitnah hochladen. Das wäre super. Daumen hoch. Vielleicht auch nochmal, falls jemand nicht abonniert hat, sowohl FXFlet und auch vielleicht meinen Kanal, Options for Winners, abonnieren. Würden wir uns sehr freuen und wären auch dankbar. Definitiv. Dann auf jeden Fall vielen Dank, Thorsten, für das Webinar. Wir sehen uns ja dann nochmal einmal, das letzte Mal dann nächste Woche im Jahr 2023. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Es wird dann auch in 2024 dann auch mit dieser Webinarreihe weitergehen, aber dazu dann nächste Woche mehr. Bis dahin natürlich viel Erfolg und passen Sie auch für die Positionen auf. Und wie immer hast du das Schlusswort. Danke. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, lernt Optionshandel, guckt unsere Webinare an, stellt eure Fragen. Nämlich das Wichtigste, was man gegen Unsicherheit tun kann, ist Wissen, sich anzueignen. Und natürlich dann schlussendlich auch die Erfahrung. Wir würden euch gerne dabei begleiten. Und danke euch, wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag. Bye-bye.